Huuu! Huuu! Alter! Huuu! Huuu! Wenn die Tür jetzt aufgehen sollte, dann sind wir auf jeden Fall im Hausgeist. Huuu! Runter! Runter! Huuu! So, Deko hat es scheinbar geschafft. Naaaaaaaaaaaaaa! Alter, und Krauen mit den Lüsten, da kommt so harte Scheiße auf uns zu. Huuu! Lecker Schmecker! So, auf jeden Fall die Bart. Boaa! Zuma von Muchachos! Alamdam! Wir sind hier bei der tausendsten Folge GTA im Livestream am Start. Das heißt, die tausendste Folge nehmen wir mit euch auf. Offiziell haben wir hier die Muchacha am Start. Und natürlich auch der Barbossa, der jetzt gerade streamt. Neuhalt! Yo, was geht was? Was ist das hier überhaupt? Die Map Level Asian von Duyu Hitau. Wow! Ordentliches Brett hier hoffentlich. Brett! Richtiges Brett hier hoffentlich. Oh, bitte! Die Map soll auch immer ziemlich hart sein. Und dann müssen wir da hin, da ist eine wunderschöne... Ah! Wir müssen uns echt entspannen, ja? Oha! Oha! Ist die Musik eigentlich zu laut? Ich weiß gar nicht. Äh, es schreibt zumindest niemand, dass die Musik zu laut ist. Chitty warm! Okay, wir müssen hier den Punkt kriegen. Okay. Okay, haben wir! Kommt bei mir drauf! Hä? Das ist doch gar nicht so schwer. Marvin, tausende Folge GTA, bleib hier nicht! Ja, ja, ja! Ich muss jetzt Leistung zeigen, ne? Das ist jetzt hier ein bisschen Status und so, ne? Status! Ey, das... Die sind da oben drauf. Warte mal. Warte mal. Ach so, vielleicht schräg. Ja, das ist eine gute Idee. Und next point, Marvin. Ich hab schon den nächsten Punkt. Wo bist du? Barty ist doch normalerweise deine Stärke. Eine Fachkompetenz hier. Ja, 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 ja. Eigentlich schon. Ich weiß, es will grad nicht. Wir müssen... Wir müssen noch mal ein bisschen... bisschen locker flockig hier machen, ne? Alter, was bin ich hier für ein Rohrarbeiter? Bisschen! Hilfe! Hilfe! Nein! Ey, das... Okay, okay. Wir müssen... müssen runterkommen, ja? Ganz chillig hier. Entspannung pur. Wir sind fast letzter, aber das ist nicht schlimm. Komm! Jetzt ist das Loch drin, ne? Okay, okay. Zack, und weiter geht's! Das ist die Stream-Krankheit mit Charkoos. Normalerweise wäre ich schon längst durch. Deswegen bin ich in den Streams immer so schlecht. Oh! Oh! Nein! Ey, das kann doch nicht wahr sein, Mann! Tja, aber im Moment setze ich mich hier mit... mit Steven zusammen an die Spitze ab. Oh! Ba-ba-ba-ba-ba... Bitte, Mann! Okay, wir fahren jetzt von Ab theyo. Jolo. YOuggling! Ahhhh! Gичau! Hab ich den Punkt gekommen, oder? Gab es da nen Punkt? War da ein Punkt? Ja. Check! Lol! Lol! Hey, halt sich einfach mal den Anfangspiel mit dem auf. Lol! Hä?! gì? Hallo! Wieder raus, Alter! Wieso hänge ich hier in so einen komischen.... өngLispräch... ...Fernestall oder so was. Was ist passiert? Okay, hier, da... Punkt, willkommen. Alter, was? Komm, ich bin gerade, ich muss gerade Paddle-Stelle ausmisten. Und muss ich jetzt. Wieder nach unten. Okay, wir sind Deko auf den Fersen. Ja, dürfte doch gar nicht so schwer werden, mich zu erwischen. Hier wieder raus? Würde ich schätzen. Hallo? Da haben wir das Ding auch schon. Einfach mit Gegenfahren, läuft. Wie lange dieser Respawner ist einfach hier bei diesem Oldschool Schizzles. Oldschool Schizzles. LOL! Hallo? Bist du fest? Hallo? Fettsack! Ich habe gerade verstanden, bist du fest? Eine Frage, die man höchstens seinem Code stellen würde. Bist du fest? Bist du fest oder bist du schon wieder krank? Ach, hier kann man einfach lang. So, ordentlich hier. Abstand reinbringen. Jetzt geht es gerade schön Gefahre. Auf den nächsten Bauernhof hier. Die zweite Folge wird richtig krank. Ein Transform-Rennen WarRide. Ich glaube sogar mit dem Ruiner. Das heißt sogar mit Sprung WarRide. Aber jetzt erstmal dieser krasse Kack von Juju hier taucht. LOL! Scheiße, ich glaube das könnte schwierig werden hier, da der GTA Modus nicht an, dass man sofort runterfällt. Achso, oh. Da muss ich durchbrettern. Okay, das machen wir. War alles kaputt hier? Hinten muss ich hin? Nein. Please! Warum? Warum, warum musste ich jetzt da hoch springen? Das hat nicht mehr einen Sinn ergeben. Weil er ist echt da hochgekommen. Einer ist einfach nur hier entgegen gesprungen. Ah, vielleicht gegen die Pflanze hier. Nein! What? Ey, dass man hier einfach sofort stirbt, wenn man vom Motorrad runter ist, ne? Ach, du bist hier noch? Was heißt hier noch? Ich bin Fünfter. Achso, okay, ne, dann musst du hier doch nicht. Oh yeah! Seitlich auch nicht. Instinkt, Muchachos! Instinkt! Ernst du vielleicht von der Seite? Scheiß Zäune, Alter! Hey Diko, ich komme! Warte schon auf dich! Ja, ja, ja. Ah! Ja, ich hab's! Oh! Huhuhu! Okay, musst du mal ein bisschen alternativ hier rangehen. Okay, Diko hat's. Welcher Platz bist du? Äh, Fünfter. Oh! Oh, ich bin Sechster! Dann knie ich an der Arsch! Jetzt muss man da irgendwie hochkommen, Alter. Mich juckt's am Arm! Okay, da hoch! Oh! Ah, halt Diko! Also, ich muss sagen, es ist natürlich eigentlich keine so gute Idee, mich streamen, mich aufnehmen zu lassen, während Marvin streamt und das bei einer Bartimap. Eigentlich nicht so schlau. Hallo, ey! Da müssen wir noch mal schauen, wo wir da hingehen. Äh, alternativ. Gibt es noch hier ne Möglichkeit? Kann man hier hinten gesetzt? Kann man hier einfach dagegen fahren, vielleicht? Oh, ja! Na, hat es einer. Muss doch bestimmt auch gehen, oder? Wow! More speed, baby! Das sollte doch eigentlich auch gehen, oder? Ja, das ist doch viel leichter, was ich mir so schwer machen muss da. Okay, dann fahren wir da jetzt mal... Okay, wir sind auf 4. Und gehen weiter zur nächsten Station. Uuuuuh! Nein! Und vielleicht... Vielleicht hier? Zack, zack! Und der nächste Bauernhof. Was ist denn eigentlich für ein Bauernhof-Rennen hier? Geh doch! Geh doch! Wow! Von einem Bauernhof zum nächsten. Eigentlich müsste Marvin hier irgendwo vor weitestehen. Ich bin... Ich bin der Hahn aufm Haus! Geh doch der Kuh! Leute, da fliegt wer da oben. Ähm... Da ist ein Helikopter. Wieso ist der Helikopter? Warte mal... Hier vielleicht auch... Alternative? Alternative! Vierter, das Ding ist... Irgendwie bin ich so... Neee! Richtig, ich bin komplett alleine, Alter. Hinter mir ganz lange nix. Vor mir ganz lange nix. Echt? Okay. Ich bin so genau in der Mitte. Vor mir sind die Top 3. Die sind noch ein bisschen schneller durchgekommen als ich. Nächster Platz! Ah! Ich hab keinen Platz gut gemacht jetzt! Okay! Weiter geht's! Oh fuck! Hier durch! Zack! Heiß gerade, ich schläge mich aufm Berg hier hoch! Not being good, stop me! All the way up! All the way up! All the way up! All the way up! Boom! Okay, boom! Grr! Grr! Pop, 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 pop! Boom! 20 Punkte von 63! Wie gesagt, wir haben eigentlich so Minimum 2 Stunden angesetzt. Für diese Session. CC, also nicht nur die eine Map. Aber allgemein die tausendste Folge wird aus mehreren Maps bestehen. 2 Stunden Minimum! Minimum! Wobei ich will nicht Minimum sagen, am Ende haben wir irgendwie eine Stunde 50 oder sowas. Und dann haben wir das Verbrechen nicht eingehalten. Aber, Mujakzu, schreibt mir in die Kommentare, wer kennt alles noch, Juhi Hitau? Das ist doch sozusagen der Oldschool Level Asian Mapperbauer. Richtig geile Scheiße. Ever. Und vielleicht später, wenn wir Bock haben, gibt es noch die Mutter aller Level Asians. Oh Scheiße! Okay, ich habe aufgeschlossen. Hier sind die beiden Dudes, die vor mir sind. Okay! Das ist doch schon mal sexy. Du bist 45 Sekunden vor mir! Das gehen wir hin! Das gehen wir hin! Das gehen wir hin! Das gehen wir hin! Sorry for nothing haben wir hier! Hallihallo! Hier lang! Wow! Wuh! Das war sehr closey! Und jetzt! Da haben wir sie! Da haben wir sie! Das schaffen wir auch! Ja! Jetzt müssen wir da rüber und dürfen nicht zu schnell sein, aber auch nicht zu langsam. Okay, das wird ein bisschen abgepasster. Hier, da wird... Wow! Wow! Haben wir! Echt crazy aus! Hier hoch! Oh! Ich habe keinen Kontakt, das wäre wahrscheinlich richtig böse! Oh! Next Point! Sorry for nothing! Dich haben wir abgehängt! Super schön! Wow! Okay, das wird... Es wird ein Spaß! Und da ist der Nächste vor mir! Den will ich auch noch einholen! Oh! Hello! Okay! Sorry for nothing! Okay! Aha! Okay! Hallihallo! Oh oh! Einen wunderschönen guten Tag! Schnell! Oh! Oh! So! Respawn! Wheelie Technik! Okay, da rein! Nicht zu schnell, nicht zu langsam! Guten Winkel treffen! So! Und jetzt kurz schauen! Ja! Ja! So! Ja! Müssen wir da oben drauf oder müssen wir oben drunter? Oh! Oh! Geh jetzt mal drauf! Oh! Oh! Ja! Geh jetzt mal kurz weiter! Ich glaub's ja nicht! Ich auch nicht! Oh! Punkt bekommen! Oh! Hallo! Deine Maus! Nein! Ich bin dritter! Wer ist hier noch an meinen Eiern? Ja! Sorry for nothing! Ja! Sorry for nothing ist es! Da rein! Eine neue Spende! Wir klauen unsere Jobs! Wir klauen unsere Jobs! Wuh! Alter! Wui! Okay, haben wir! Wieso fahr ich hier außen lang? Richtig der Trottelalter! Okay, respawn, 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 respawn! Ich muss das leider alles nach diesem Rennfall lesen! Es tut mir leid! Mal wohl Yolo! 10 Euro von Speedz! Ich hab keine Ahnung bekommen! Wie kann ich mit euch spielen? Bitte nochmal eine kleine Erklärung! Danke, ihr seid die Besten! Also! Unten, ähm, im Stream! Da siehst du den Crewling! Da muss in der Crew drin sein! Falls du nicht in der Crew bist, musst du die Crew zu deiner aktiven Crew machen! Wenn du das getan hast, dann besteht die Wahrscheinlichkeit, dass du eingeladen wirst von uns! So! Dann konnten wir wieder was klären! Und das sieht gar nicht so leicht aus! Hi Diko! Hä, warum hat der denn so weggespeedet gerade? Dieß! Meine Lippen sind voll trocken! Ich bin so hart im Triad-Modus! Ja, konzentrier dich mal besser auf den Stream da! Ja, mach ich! Ja, mach ich! Ohhhh! Hä, was?! Ja, ja! Wait, wait, wait! What?! Was war denn da gerade? Alter! Sorry for nothing! Was hast du für eine kranke Scheiße hier? Wie geht das? Okay! Alter! Ach, wenigstens ist sie ja Halbzeit! Ohhhh! Ohhhh! Okay! Dann wollen wir da mal hoch! Hoch hinaus! Ohhhh! Was haben sich die kranken Chinesen hier schon wieder ausgedacht? Ohhhh! Bitte! Hey, aber ich bin echt so nah, ich kann, ich kann sorry for nothings Klabuster werden riechen! Ohhhh! Ohhhh! Das haben wir! Okay, das gehen wir auch hin! Was für riechen! Ich kann sorry for nothings Klabuster werden schmecken, Alter! Ohhhh! Wir haben auch den nächsten Point! I like! Hello! Kann ich da rüber? Ja, oder? Oh, da kann man sogar durch! Hi Deco! Ich rieche deinen Kacka in Hause! Ich habe gerade gesagt, was für riechen! Man schmeckt das schon! Die Nasen mit ran! Hä? Alter, wir sind jetzt echt gleich ganz oben! Genau vorgeist übrigens, sorry for nothing! Ja, kann ich durch! Oh, tschau! Oh, fick dich! Tschuhu! Scheiße! Ja! Jo! Dico, abgehangen! Na ja, abgehangen ist ja was anderes, ne? Weiter! Los! Uh! Da ist sorry for nothing! Der erste Platz! Uh! Ja! Er hat verkackt! Er hat verkackt! Er hat verkackt! Da ist die Nummer eins! Noch nicht! Uh! 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 Hoch hier! Na, sorry for nothing! Wer von uns bei macht den ersten Fehler! Und hier! Alter, wird schon schwindelig! Das ist sorry for nothing! Und hier! Oh! Alter, wird schon schwindelig! Alter! Wie weit? Noch hoch! Oh! Eine neue Spende! Wir klauen unsere Jobs! Wir klauen unsere Jobs! Okay, wir sind oben drauf! Wir sind... Oh! Wir sind leider! Alter, das war close! Wer ist denn hier Nummer eins hier? Warte, wer ist das? Zylind! Zylind die Nummer eins! Okay, ich muss dir kurz nachschauen! Ist das der Gleit? Ist das ein Gleit? Hier kommt ein Gleit... Oh! Ja! Ja! Ich hab den Punkt nicht bekommen! Scheiße! Ja! Ich hab zu spät gesehen, dass der Punkt in der Luft ist! Scheiße! Ey, ich hab mich wieder auf dem zweiten Platz vorgearbeitet! Und so ne Kacke hier! Oh yeah! Der, die war, keine Ahnung, 100 Star und der hat sich vorgearbeitet, Mann! Ich denk, ich will doch... Du warst einfach nur schlecht daran anfangen! Oh! Jetzt hab ich echt den Gleit nochmal verkackt! Ja! Hm! Ich hör auf Tja zu sagen, wie lang... Hä, warum... Hauptsache ich fahr gegen diese scheiß Brüstung da oben, der springt nur nach oben und nicht nach vorne! Komm Baby! Beat! Oh! Oh! Hä? Okay, ne! Ah, das Pizza Brot! Wie geht's? Ey, ich check's gerade überhaupt nicht! Ich dachte gerade, muss ich irgendwo nochmal lang springen! Oh! Jetzt hat Sorry for Nothing mich überholt! Hier gab's mal so einen Punkt, da muss man da hoch springen! Das war so ein alberner Punkt! Okay! Weiter geht's! Oh! Endlich hab ich's! Punkt! Was mit Zlin? Wann hat der verkackt? Ich bin... Ich glaub, er hat gelieft, oder? Ist er vielleicht rausgeflogen? Zlin ist weg! Ja, Mann! Weil ich bin auch Zweiter jetzt! Geil, Mann! Please! Da rüber jetzt! Okay, wir kämpfen! Also bisher muss ich aber sagen... Da gibt es härtere! Da gibt es härtere! Würde ich auch sagen! Vielleicht kommt der Katastrophe noch! Okay, komm! Die Nade, Junk! Aber da gibt es härtere! Let's what she's hat! Ja! Oh! Da ist jemand härteres gewöhnt! Let's what Marvel's hat! Äh, warte mal! Die sind mit Punkt 19... Wait! What?! Wir sind gleich beim Ziel, oder was?! Was?! Hauptsache, Marvin sucht eine Triad, eine richtige harte Map raus und wir sind nach 20 Minuten durch! Wir hätten auch noch 9 Prozent! Also, wenn es das jetzt gewesen wäre, dann tut es mir echt leid! Es muss noch einen richtig harten Sprung geben! Ja, bei dem ich Marvin überholen kann! LOL! Alles Gute ist... Wir fahren als erstes ins Ziel und wir werden gleich eine Hard-Pro-Map starten! Nein! Nein! Pussy! 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 Aber schön ist, dass wir als erstes reinfahren! Wuuu! Nein! BAM! Das kann nicht wahr sein! BAM! 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 Das war, ich bei dem Scheiß Gleit verkackt habe einmal! Beim ersten Mal! Scheiße! Ja! Dankeschön Muchachos! Dankeschön! Wir wollen jetzt die neuen Prozentige spielen! Würde ich sagen! Da hab ich bald Bock drauf! Die hatte 20, glaube ich, ne? Mhm! Damit war sie eigentlich immer zu leicht! Muss dazu sagen, 20% war damals... richtig schwierig! Aber die hatte eigentlich so keinen wirklichen Punkt, der äußerst schwierig ist. Kein krasser Sprung. Ja, wobei, also es sind ja noch sehr, sehr viele, also bei mir ist niemand. Ich bin Zweiter und ich bin komplett alleine. Recht? Ja. Hm, okay, dann schauen wir mal. Das ist das Ziel auf der Tribüne. So, dann kann ich ja nochmal eben eine Spende vorlesen. Fünf Euro von Zef. Gut, Muchachos, wir sind wieder am Start hier, immer noch, immer noch mit der 1000-Folge GTA. Die erste Map, die Marvel als richtig krasses Ding ankündigt hat, war ja sehr, sehr schnell vorbei. Jetzt gibt es hier 9% ins Gesicht. Das wird jetzt auf jeden Fall richtig knacke, knacke hart hier. Sehr gespannt. Und natürlich, wie ihr seht, Muchachos hier, ganz viele Muchachos am Start im Stream. Super sexy. What? Was passiert denn hier? Was mache ich denn falsch? Und ich finde es halt auch echt besonders schön, dass wir die 1000-Folge GTA wirklich mit der Community zocken. Ist so ein bisschen, so ein bisschen, ich meine, wenn wir das zusammen angefangen, ist so ein Tausend-Folgen dabei. Und ich will mit euch zocken, ist schon sexy. Ach, da hinten hin. Oh, das habe ich nicht gesehen. Kommt eigentlich. Ah, das ist ganz klar. Nein, ich bin zum ersten Mal runtergekommen, ohne runterzufallen. Oh, okay. Meine Stimme habe ich verloren. Das ist gerade was unglaublich passiert. Die Leute sind hier durchgedreht, was Spenden angeht. Oh, Quack. Allerdings muss ich noch sagen, haben wir vorher schon hart angeschlagen. Ich war vorher schon hart angeschlagen. Aber das hat nochmal... Ey. Ich mache das jetzt anders, ey. Ich mache das jetzt anders. Was ist das Levelation-Style? Warte. So. Gehen wir es hin. Oh. Wie ist alles? Das ist echt haarige Nüsse hier. Haben wir hinbekommen. Aber ich glaube echt, so wie Magnus, weil ich auch das ist gar nicht zu tun. So. Und jetzt? Nein. 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 Ich habe den Gleit verkackt. Ich habe den Gleit verkackt. Das ist mir passiert, Mann. Okay, wir versuchen es nochmal hier lang. Oh, das habe ich ja richtig im Käse gemacht. Ich habe es geschafft. So. Was ist das für ein fettes Viech, Mann? Oh, ich bin im Punkt. Wuuu. Okay, wir haben es auch. Ich bin allerdings schon nur 8, Mann. Die Spenden lehnt sich nachher durch. Also, wir falten dann. Ah. Scheiße. Okay, 10er. Das haben schon ordentlich viele geschafft, ihr. Ja, den ersten Gleit haben schon einige. Please. Okay, fünfter Blatt. Wuuu. Das wird immer crazier. Oh, fuck. Okay, da wollen wir schnell durch. Oh, fuck. Da müssen wir richtig schnell durch. Oh, diese lange Respawn-Zeit, die geht mir fett auf die Eier, Mann. Oh, ich muss da echt mal richtig draufkommen, Alter. Please. Nee, der Tee muss erst mal ein bisschen kälter sein. Ich muss noch ein bisschen kälter werden. Hallo, der Tee war perfekt. Was immer? Wie geht mein Baum weg? Der geht gar nicht weg. Du musst nicht eiskalt wirklich neu einloggen, damit er weggeht. Oder ganz vielleicht hast du die Chance, dass er weggeht, wenn du dich im Story-Modus wechselst. Ach so, der Hacker-Macker. Da war wieder irgendwo ein Modder am Start, der einen von den Muchachos einen Baum drauf gehäxt hat. Ey, ich komme da nicht hoch. That's what he said. Er kriegt keinen hoch. Nein! Oh. Oh, kacka! Nein! Okay, wir versuchen einfach mal mehr Anschwung zu nehmen. Wie gesagt, 9%. Hier wird jetzt ein bisschen krasser, Mann. Der letzte Mal Pipi-Kram. Das letzte Mal ist echt ziemlich einfach. Oh. Oh. Nein! Ey, wie ich immer so ganz knapp mal runterrutsche, Alter. So, wir schauen uns das an, machen wir hier. Ah, Marvin ist auch hier. Loll. Ich bin auf dem Dach vom Bus. Nein! Nein! Ich glaube, wenn ich jetzt rückwärts runterfahre, dann falle ich vom Motorrad runter und bin fokussed. Nein, ich falle komplett runter. Alles schlecht. Oh, ey, man muss irgendwie den Speed, glaube ich, mitnehmen. Das ist das Problem. Aber du kommst da so richtig eklig nur drauf. Okay. Du darfst den Wheelie erst ziehen, wenn du auf dem zweiten Ding drauf bist. Wenn du vorher schon den Wheelie ziehst, dann springst du da rüber. Über das Ding, was dich eigentlich hochgießt. Achso, okay. Ja, danke für den Tipp. Das war Gold wert. Ja, und ich hab's. So läuft das. Was? What? Okay, das war case-amaze. Hä, wieso, wenn du da hinkommst? Wollt ihr mich streicheln oder was? Es geht. Warte mal, hier. Achso, da ist das. Das ist noch gar nicht. Achso. Ich will rumschreien, weil ich... es nicht geschafft habe und es war einfach so toll, es klappt, man. Aber hast du den Anfangs-Speed mitgenommen? Äh... Ich glaube, ich hab... Ich bin so nach hinten gerollt, glaube ich. What? Okay, krass, man. Also zum Sprung rüber zum Bus. Und dann halt hinten in den Bus rein und rüber. Achso, ja, das hab ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Okay. Und das war eigentlich dann ziemlich easy. Okay. Ah! Wir müssen da richtig smooth draufkommen. Es bringt mir hier keinen Glidejump hin. Ah! Kommt es aber ins Mordenten. Ich werde wieder von Spenden penetriert. Muchachos, das kommt alles. Alter, wie Marvin's Stimme einfach weg ist. Hört sich an wie so ein Goldfisch, Alter. Ich muss schauen, ob ich nicht hier oben einfach mal fahre. Warte mal. Oben auf dem Bus war ich auch schon mal. Ja, ich versuch das aber mal. Der Try hat dann aber nicht so gut geklappt, muss ich sagen. Nein! Oh, ich muss einmal so spuf durchkommen, Alter. Das wär auch zu geil gewesen. Okay, wir machen weiter. Ähm... Aber es regt mich auf, dass... Ah! Ding ist, du scheiß Holzsteg da treffen. Okay. Weiter. Oh, 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 okay. Und wir kommen deswegen so öfter hier drauf. Jedes Mal, da ist ja diese Scheiß... Ding, was haben die denn ab und zu hier für... Was war das denn für ein Try, Mann? Was haben die denn hier für Motorräder? Ja, jetzt! Komm schon, komm schon, komm schon, komm! Alter. So ein schmuber Try, ich komm trotzdem nicht nur und ich dein Ernst sein. Wollte den Anfangsblieb mitnehmen, das funktioniert nicht. Wollte da Eis gern durchcruisen. Komm, jetzt aber. Wuh! Jetzt, jetzt! Alter, man muss echt diesen Scheiß... Diesen Scheiß Holzsteg mitnehmen, sonst kommt man nicht rüber. Wuh! Okay, aber geschafft jeden. Steven war auch gerade bei mir. Sorry for nothing ist auch... Nein! Oh, die rasieren da durch. Alter. Das ist wieder peinlich. Ich scheine am Anfang gar nicht. Ich brauche irgendwie meine... Meine Zeit... Marvin braucht mir erst eine halbe Stunde. Nein, ich darf das nirgendwo gegen klatschen. Ah! Der Druck ist groß. Ey, please, dass man hier auch... Motor heute runterfällt. Ja, das ist süß. Okay, wir machen das nochmal so. Wir brauchen hier einfach den perfekten Try. Okay, komm. Alter, hier kommt aber echt... Also, wo ich gerade bin, ist echt Harry. Wir können schon fast sagen Harry Crotcher. Ich frage mich echt, wie Dirkus es geschafft hat, da nach hinten zu fahren und dann genug Speed zu haben. Okay. Du musst wirklich einfach nur nach hinten fahren, Gas geben und dann keinen Willi ziehen. Ich glaube sogar, es geht auch, wenn du gar keinen Willi ziehst. Okay, aber der nächste Point war echt easy. Zum Glück. Das war aber auch echt... Läuf! Easy ist Dustin bitte. Mach das mit super Speed. Aber einfach langsam fertig. Ich fahre natürlich nach unten. Okay, wir sind wieder achter. Wir kämpfen uns nach vorne, man. Okay. Okay, da bist du jetzt auch schon bei dem seitlich-Fahr-Rump. Oh, wo muss ich denn da hin? Oh, fast First Try. Okay, das kriegen wir aber hin. Okay. Wee! Einmal hier die Runde. Alter, will ich jetzt da rüber springen oder über das hintere Ding springen? Bin ich wieder zurück? Okay, das ist aber ein Punkt. Das werden wir nicht so lange für brauchen. Oh, dass ich das First Try geschafft habe, fickt mein Arschloch. Oh. Komm mir auf. Nein, warte mal. Oh, ich höre doch einfach da links vorbei. Okay, dann können wir das einfacher machen. Ich weiß nicht, ob das gescheatet ist, aber... Marvin, ich bin da ziemlich langsam hochgefahren. Ja, stimmt. Links an der Barriere vorbei. Ja, ja, habe ich auch gerade gemacht. Oh, das ist die einfache Variante. Wir versuchen das nochmal so. Okay, das war zu langsam. Da haben wir gerade schon einen besseren Try gehabt. Oh. 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 Nein, was ist das so? Oh. Okay, okay, wir sind drinne. Kann ich hier drehen? Ist das Beide genug zum Drehen? Okay, ich habe mich gerade echt so schlecht gefühlt. Oh, fuck. Scheiße. Kann ich nicht drehen. Das war nicht ganz so nice, aber ich will wieder an Deko rankommen. Sorry for nothing hatten wir da hinten gerade. Okay. Ich bin nur einen Punkt weiter. Film bei Sorry for nothing. Ach so. Der steht gerade vor mir. Hey, hör auf du scheiß Fickparty. Fahr richtig jetzt. Scheiß Fickparty. Okay. Hier die Drehung. Zack. So. Jetzt haben wir es. Ich will da gleich einfach so rüber. Und ich hoffe, wir müssen da einfach hochfahren. Ey, dass ich hier immer, immer wenn ich rausfahre, kann ich nicht nach rechts fahren. Wirklich eine scheiß Steigung da. Ey, diese Rampen auffahrt. Please. Das habe ich aber Second Try geschafft, Marvin. Die Schatten muss ich gleich vor uns von Jachos. Nachdem wir diese Map rasiert haben. Oh, Schaden. Leute, ich hätte gar nicht so viel Anschwung nehmen müssen. Marvin, das Ding, wo du jetzt bist, habe ich Second Try geschafft. Echt? Ja. Alter. Alter. Alter Belly, Mann. Das war aber nicht schlecht. Ey, hier sind aber echt krasse Sprünge, ne? Alter Schwede. Das wird so unser Bugloch durchkneten. Nein. Ja. Oh, wir könnten es echt abkürzen. Da oben ist es hier und lacht uns raus. Okay, noch ein Try. Ich weiß nicht, ob wir das so denn machen sollen. What? Schocka, geschafft. Oh, nice. Wenn ich das so hinkriegen würde, dann würde ich das schon längst machen. Aber leider klappt das noch nicht. Zu 100. Warte, wie hat der eine das gemacht? Ich glaube, der will da noch so direkt rüberspringen. Also ich finde es doch ganz schwierig. Alter, Slim, wie machst du das mit dem Motorrad, Alter? Alter, ich komme ja. Hast du da überhaupt drauf? Ah, da kann man rein. Ah, okay. Oh. 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 Finally. Okay, aber die Map hier hat auf jeden Fall schon eine deutlich härtere Gangeheit als die letzte. Ja, also krassen Sprünge, Mann. Alter, wie soll man das schaffen? Wie soll man denn da so um die Ecke springen, Alter? Der ist einfach da oben drauf geflogen. Auch eine nette Art. Hat ja auch funktioniert. Und ich glaube, Slim, du hast hier echt schlechte Karten, das zu schaffen. Der Motorrad ist zu lang. Ich schaffe es ja mit meinem Motorrad schon nicht in die Decke zu kommen. Und deines ist einfach so übertrieben long. Long, 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 long. Ach, das war echt Schwierigkeiten, damit du mich nicht so ruhig in die Decke zu kommen. Ja. Nein. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ich treffe das Loch nicht. Das ist was he said. Ich hasse das auch immer, dass man am Anfang immer zurückfahren muss. Dann könnte ich mir so die Eier abreißen. So, einmal konzentriert jetzt hier und drin, oder? Ja. Geht doch. Okay, hier hoch. Ey, ey, das Ding hier ist echt. Ich habe keine Klappe, wo ich das machen soll. Ich habe echt nicht die geringste Ahnung. Ich komme einfach nicht so hart um die Ecken. Ich komme nicht so hart. Okay, okay. Konzentrieren. Nein, ey. Ganz ehrlich, ich springe jetzt einfach da oben drauf. Nein, jetzt bin ich hier drinnen gefangen, oder was? Aber bitte, passiert noch hier raus. Oh, da haben wir schon den nächsten Kontrahenten. Ich werde wieder abgehängt. Alter. Drauf hier. Das ist doch so peinlich, was ich hier gerade zeige. So, meine Stimme ist wieder da. Finally. So, okay. Guck mal, hart doch. Hart doch. Ah! Oh, nein! Nein! Ich war doch drauf. Ey, was mache ich da, Mann? Alter, ich bin gerade seelisch zerbrochen, Alter. Ich war doch drauf. Ich habe doch echt drauf geschafft. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Es soll immer so weggeschleuert werden, wenn man schon in den Container rankommt. Was ich hier gerade zeige, ist Muccas peinlich aus. So, wir müssen das... Dass die einfach alles... Eisgert alle da rüberkommen, ne? Wir gucken jetzt Ara und Novo an. Schafft ihr es? Wir wollen nämlich alle fahren. Ah! Ey, das kann doch... Ah! Das... Dass ich da drauf war und mit der Hälfte vom Motorrad wieder runterrutschen. Alle Schocken, dass du first bleiben. Ich pülle mich immer noch rum. Okay. Wir scheinen später, Muccas. Wir sparen die Energie für den späteren Schleif. So, haben wir wieder. Und jetzt hier einfach Kurve fahren. So, ich hab's. Ja! Ich komm da nicht drauf. Zlin! Zlin! Wer ist da noch? Ich glaub, Steven oder so. Kraut mir die Misse, Alter. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Viel Spaß dabei, das weiter zu versuchen. Deko verzieht sich. Alter. Aber ich bin eiskalt nur Vierter. Was? Welche kranken Schlongbergs haben das schon vorher geschafft? Also, real Mr. Verpursler, Bro-Team und Ginko-Kainer. Ui! So, jetzt aber. Alter! Mr. Vestparter ist reines Erstes beendet. Was? Krasser Dude, Alter. Oh, endlich! Was? Ich hab den Punkt! Da ist ein UFO aufgetaucht. Ich hab den Punkt. Da war eiskalten UFO. Alter! Ach, da war ein? Alter, was ist das für ne krasse Map? Aber ich komm hier echt so easy durch, Alter. UFO? Ein UFO? Alter, was? Geh das UFO dahin? Nein. Bitte? Geh das UFO dahin, oder? Nein! Nee, also, es gehört da natürlich nicht in echt hin. Aber für die Map gehört's dahin. Woo! Okay, jetzt haben wir den Second Try geschafft. Oh, man! Okay. Was ist da das hier? Sexy! Und? Nein! Das wäre nur zu schön gewesen, wenn ich da Insta durchgekommen. Alter, die Stelle kommt mir ja voll bekannt vor hier. Äh, mit der Rampe, oder was? Ja. Wo bist du? Hä? Bist du schon bei der Rampe? Ich bin jetzt sechster gerade, fünfter. Ja, da bist du hinter mir. Ja, das könnte, wo du durch so ein bisschen Viereck fliegen musst, unter der Brücke durch. Äh, nee, da bin ich noch nicht. So, warte. Woo! So. Herzlich willkommen! Moin, Leute! Es ist jetzt ein neuer VIP. Herzlich willkommen bei den VIP-Ziegen. Moin, Leute! Oh, ne, genießen Sie den Stream. Ich hoffe, es macht Ihnen Spaß. Aber ich muss sagen, meine Stimme bricht auch langsam. Vielleicht sollte ich auch mal einen Tee machen. Oh, fuck! Wenn das bei Marvin so gut hergewölbt hat. Eigentlich muss Marvin mal einen Tee machen, oder? Ich bin am fliegen, ich hab keine Zeit. Ich hab keine Zeit, Mann. Ich hab keine Zeit. Oh! So reelt er sich da raus. Ey, wir chillen hier, Mann, wir chillen hier. Nein, oder? Weil hier war kein Punkt. Ich weiß leider nicht, wie das funktionieren soll. Okay. Was denn? Ganz stark nach links fahren. Ja, du musst... Alter, lass... Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hab mich so gefreut, dass ich es geschafft hab. Und das Ding ist, ich bin da schon einmal raufgekommen und bin dann wieder runtergefallen. Was? Das war so assi. Okay, die Frage ist... Ey, ganz ehrlich, das wird super knackig hier. Ja, das war auch bis jetzt für dich der schwerste Punkt an deinem Web. Feier Markus, mach ein neuer VIP! Herzlich willkommen im Team Club! Feier Markus bei den VIP-Ziegen. Genießt nur den Stream und ein Herzlichen Graus an Sie. Danke für den Unterstützung. Oh Mann, dass ich hier gerade wieder verkacke, Mann! Ja, aber... Aber also das Ding, da kann man ruhig verkacken. Wie gesagt, ich hab da auch, glaube ich, sieben oder acht Tricks gebracht. Die Frage ist, ob ich es mit Speed versuchen soll oder einfach den Winkel und dann... Nee, ich hab schön langsam und hab versucht, wirklich so weit nach links rumzukommen, wie es geht, ohne dass ich runterfalle. Ah. Digga, ich fahre, Mann! Ich fahr einfach so abgrundtief scheiße! Aber wer ist denn jetzt eigentlich schon im Ziel? Da kann man auf jeden Fall schon mal Respekt sagen. Mr. Real Mr. Verkehrsteilung. Oh, Punkt bekommen! Bam! Digga, ich komm hier auch noch, glaube ich. Deine Eier. Also, sieht so aus, als würde ich hier jetzt noch schlecht abschneiden. Warte mal, wo müssen wir hin? Wo ist der Punkt? Nein! Das ist eigentlich auch nicht so schwierig. Okay, man muss wirklich einmal sich einfach nur richtig hinstellen und dann hing das. Und... Ah, du hast es jetzt schon, oder was? Ja. Alter! Okay. Okay, da hab ich auf jeden Fall eine ganze Ecke länger gehangen. Hä, wie soll ich denn da rüberkommen, Alter? Alter, Billy! Okay, der Puppet Harry. Ach, da oben drauf! Ah! Okay, so fünfter Platz! So! Aha, aha, aha! Aha, aha! Ach so! Punkt bekommen! Wo soll man noch beim Kloppen unten? Puh! Okay, machen wir! Okay, und den nächsten Punkt nicht bekommen? Komm schon, komm schon! Ich will auf jeden Fall, ich hätte jetzt so Bock, eiskalt mal eine neunprozentige Bartimap vor Marvin abzuschließen. Muss nicht mehr erster werden. Wenn ich ausnahmsweise mal eine Bartimap vor Marvin abschließe, dann bin ich schon ein glücklicher Deko. Anime, ihr Fan hat das Spiel verlassen. Warum nicht? Nein, nein! Komm schon, okay, jetzt Concentration. Früß Schadenschuss! Leute, wo kommt das UFO her? Ja, das ist auch aufgetaucht, ne? Passen sie auf, fahren sie langsam, dann schaffen sie es auch. Third try! Oh nein, nein, das war richtig schlecht. Uh! Nein! Haben wir! Haben wir, ich hoffe. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ich habe noch neun Punkte vor mir, acht Punkte vor mir. Acht Punkte? Nein, guck mal. Nein! Ah! Okay, Fall. Konzentration, Mann. Konzentration. Ein neuer VIP wieder am Start. Echa YouTube. Herzlich willkommen bei den VIP-Ziegen. Krauen Sie sich nicht die Eier und gehen Sie nicht über los. Genau. Natürlich, krauen Sie sich die Eier, gehen Sie über los und ziehen Sie 4.000 Euro ein. Dankeschön. So, okay, weiter geht's. Alter, hier durchzukommen ist wieder so. Also, manche Stellen kommen mir extrem bekannt vor hier. Bitte? Manche Stellen kommen mir richtig bekannt vor. Ja, ja, mir kam auch, aber, also, es ist nicht, wir hatten schon, also, na, wir hatten schon Ähnliches. Ähnliches an ähnlichen Stellen, sagen wir so. Wer hat diese Scheiß-Web erstellt, wird das schon geschrieben. Okay. Come on, Baby! Oh, jetzt kommt hier wieder die Scheiße mit dem, zwischen dem Kran durchfahren, ne? Früher ist vom Radar verschwunden. Oh! Nein! Doch, ich glaube, Marvin, ich glaube, vielleicht hatten wir doch schon. Ja, aber die wurde mir nicht angezeigt. Mir auch nicht. Also, wenn, dann muss es schon so lange her sein, dass es resetten wurde. Ich glaube, ich weiß nicht, alle, so Teile davon kommen mir nicht bekannt vor, also, wo ich sagen will, das haben wir noch nicht. Und Teile, wo ich sage, okay, irgendwie sowas Ähnliches hatten wir schon mal. Kann ich nicht sagen. Also, laut Social Club, Social Club wurde diese Map noch nicht gespielt mit diesem Account. Oh! Nehmen wir durch! Bum! Fuck, nie im Leben schaffe ich das jetzt. Nie im... Oh! Daddy is on the run! Oh! Ich hab's! Ich hab's echt geschafft! Nein! Ihr Geil! Nice! Okay, okay, okay. Meinem großen Ziel, vor Marvin ins Ziel zu kommen. Äh, es ist ein Stück näher gerutscht. Hier hoch. Zack! Voll Spende! Ja, 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 wir sind down to the job! Wir sind down to the job! Okay, das haben wir. Wir sind down to the job! Nein, wir sind down to the job! Ja! Fünf die Pläne! Lol! Hauptsache, beide gegen den Zauner haben mich zerfleddert komplett. Oh, da springt Marvin! Ne, doch nicht. Hier ist noch zu... zu... Lutschi. Hier ist viel zu Lutschi! Lutschi lutscht! So, ich bin jetzt beim Kran. Ich komm, Deko, langsam. Ja, so. Ja, ich glaube, du bist jetzt irgendwo rechts von mir. Beim Kran oder so. Fahr an dir vorbei. Ich hab auch nur noch drei Punkte. Oho, yeah! Ich denke mal, Mabu-Chatsun, da werd ich endlich malen. Das ist aber schön, oder? Bei der 1000 Feuer in GTA kommt Deko, bei der Bartimap vor Marvin im Ziel. Das finde ich schön. Das finde ich geht... geht... Flutscht wie... Nein, da muss ich springen! Okay, aber wahrscheinlich kommt hier jetzt nochmal irgendwo... ein krasser Sprung, ein Gleit oder sowas. Leute, ich bin gleich gekommen! Was? Okay, okay, nee, alles gut, alles gut! Was? Was? Okay, was ist da? Alter. Wuh! Alter, komplett drüber gesprungen. Aber da war's aber auch jemand, ich kann auch Dritter werden. Da ist noch jemand! Oh, wir haben einen! Arschloch! Mirko! Dankeschön! Wir werden... Nein! Mirko, herzlich willkommen bei dem VIP-Siegen, Mabler verkackt! Das ist super! Und wenn du durch deinen Beitritt der VIP-Siegen schon nur erreicht hast, dass Marvin da gerade verkackt hat, dann ist dein Beitritt schon glorreich. Okay, Hammer! Dankeschön Mirko! Ja, herzlich willkommen im Ziegenclub! Hat Deko gerade schon gesagt. Wow! Ah, der gute... Ich weiß nicht, wie der Name aus... Chico... Chica... Kalkoin oder so. Ist hier am Start. Oh man, mit dem Kran wird krass! Oh, oh, kommt man da nicht rüber, wenn man einen Ansprung nimmt oder was? Oh doch, geht doch! So, Deko! Nein! Okay! Oh, gerade fahren kann ich nicht! Richtig gerade hier fahren! Aber ich hab, äh, beim Kran bin ich ungefähr die Hälfte gefahren. What? Allerdings muss ich sagen, mit der Hälfte war es close. Oh! Also es war richtig close bei der Hälfte. Lol! Wo war der Schwung? Wo war der Speed? Weiterfahren! Oh, ich kann echt noch Dritter werden, ne? Bitte, 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 dass wir Dritter werden. Das war doch easy! Das war doch easy! Huah! Ja, haben wir! Okay, das war... Huah! Nein! Das war einfach... Kann man nicht durchfahren? Kann man... Okay, ich hab's nicht geschafft. Chico Kain ist im Ziel. Scheiße, er hat's geschafft. Oh, ich komme, Deko! Ja, du hast dich geschafft! Oh! Full Speed! Oh, ich glaube sogar, jetzt kommt echt nichts mehr, solange bist du bei mir bist. Na ja. Ja! Nein, nicht gut. Hallo? Nicht gut, gar nicht gut. Nelly, komm! Ja? Ja, Deko, ja! Nein, das geht echt nicht, man muss echt durchfahren. Ach so! Alter, das wird Harry. Ne, wir hatten das schon mal, glaube ich. Ich glaube, wir hatten dieses Rennen schon mal. Das kommt mir mega bekannt vor hier gerade. Ja, wir hatten... Also so Stellen, weil es kommt sich auch bekannt vor und dann... Aber dieses um die Ecke, dieses ganz enge um die Ecke Dingsen, das kommt mir zum Beispiel null bekannt vor. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir das gemerkt hätte. Okay, was müssen wir jetzt machen hier? Ich weiß nicht, wo du bist. Ey, ich komme hier eiskalt nicht rüber, ne? Tausendste Folge GTA. Und ich komme echt nicht vor meinem Ziel. Und ich komme zum Ziel. Ohhhh! Komm mal, Baby! Ey, das kann doch nicht wahr sein, bitte! Hä, wie soll ich denn hier kommen? Ziegen, Mann! GTA-Götter! Tut irgendwas! Ich will vor Mario ins Ziel kommen, bitte lass mich jetzt einfach Lucky durch! Ich weiß nicht, was ich da machen muss! Digga, meine Tür geht ja auch die ganze Seite auch wieder auf. Was ist los damit? Du musst nichts machen. Ist alles unheimlich. Marvin. Nein! Ey, wie kommt man denn da in einem Ding durch, Alter? Ach, hier? Okay. Ich muss irgendwie den richtigen Speed kriegen, um da in einem Ding durchzufahren. Nein! Ah! Okay. Alter, meine Tür geht die ganze Zeit auf. Als wäre hier so ein Geist. Ich habe richtig Angst gerade. Ist da eine Zimmertür oder was? Ja! Vielleicht Wind? Okay, wir sind, Deko, wirklich krass auf den Fersen. Wir haben uns so krass aufgeholt. Der Junge hätte es auch mal verdient zu gewinnen, aber jetzt bin ich geil auf dem Sieg. Wo muss ich hin? Wo? Nein, ich bin auf dem Haus. Komm ich da jetzt rüber? Ich muss da jetzt rüberkommen, Alter. Ich muss da jetzt rüberkommen. Ich muss. Oh fuck. Ich muss. Ich muss hier jetzt rüberkommen. Dann kann ich noch vor Marvin ins Ziel kommen. Oh oh! Aber ich muss hier rüberkommen. Bitte! Nein! Oh nein! 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 Nein, fuck! Okay, du musst da echt speedig fahren, kann das sein? Bitte? Ja, du musst, aber es ist halt übertrieben schwierig. Du musst einen Punkt finden, wo du halt komplett durchkommst, ohne dass du abgebremst wirst. Oh, ja. Ah, krass. Und dann habe ich gerade gefunden, aber ich habe dann trotzdem noch wieder zu wenig Schwung gehabt und bin nur aufs Haus gekommen und nicht in den Punkt rein. Jetzt versuche ich mich gerade hier irgendwie ins Haus reinzuarbeiten. Ey! Mach das hier schön mit mir zusammen! Nein, ich will, ich will eiskalt vor dir ins Ziel kommen, das wäre so schön. Aber es geht nicht, Alter, es geht echt nicht. Nein! Und da fliegt Marvin, ist da drinnen. Oh! Mal mich auch auf dem Dach. Oh! Ist das hier? Nein, ich bin vom Motorrad gefallen. Oh! Ich bin vom Motorrad gefallen. Du hast es nicht eiskalt über so eine Solaranlage reingeschafft? Oh! Du bist so ein Wichser, Alter. So ein Bastard. Ich will dich dreid! So ein, schaff-ficker! Und dann noch, beim dritten Versuch oder so, ne? ist das schön schön meine träume zerstört zu haben jetzt habe ich gar keinen bock mehr jetzt bin ich richtig im ziel war ein nice try muss ich sagen wir sind wieder am start hier tausende folge geht ja immer noch drittes rennen jetzt nachdem die letzte mal hertha war als das mal davor auf jeden fall hat die schon ein paar kliffige stellen gehabt aber natürlich trotzdem noch viel zu einfach jetzt haben wir erst mal ein transform obstacle war ein rennen ein transform mega obstacle ich bin gespannt es scheint so als wenn wir noch eine ruine abbekommen denn es sind ich dachte eigentlich wäre ziemlich gut durchgekommen aber das war ein schluss in den ofen meine tür geht schon wieder auf ich glaube es wohnen bestimmt haben wir wollen fühlen mich gerade beobachtet irgendwo ist ein geist in marvins popo hoch runter hallo marvin tschüss marvin oh jump jump und ab durch die mittel und runter jumpen und dem steven direkt hinterher ja wohl wir sind durch nein ist auch und rausgeflogen oh nein ich bin beim zug rausgeflogen fuck man wo ist denn der obstacle will jump man zack zack ok aber also ich würde sagen bis zu der stelle wo wir gerade rausgeflogen sind dürfte es relativ gießen sein wo oben lang hilf ich muss sagen durch die mittel und jetzt ein bisschen ab der geist die gleiche reingeschneit runter und nicht ganz so krass die rüber rund haben wir durch jetzt kommt der zug oh da ist marvin rausgeflogen ja aber haben wir zug sind wir durch ok ich bin jetzt auch wieder da zug sind wir durch ey schon wieder haha also ich muss gleich warte mal wuuu wuuu alter wuuu 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 wuuuu wuuu 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 alter irgendwo wuuu kram mit den nüssen da kommt so harte scheiße auf uns zu ja ? うん nun montier waaaa und mittel 0 ages 0 Nee, die tausendste... What the fuck, Alter, die Tür geht schon wieder auf, du Hausgeist. Ey, aah! Wir sind im zweiten Mal hier festgehangen. Unter der Brücke. Digga, ich hör' dich nicht, Kev. Nein! Deko, hast du was bestellt? Äh, nee. Wieso, ist gerade jemand da, oder was? Vielleicht haben jetzt irgendeinen Chacho, der unsere Adresse kennt, äh, was bestellt. Loll, weil... Jemand hat von uns was bestellt. Ey, wenn das jetzt bezahlt ist, dann nehmen wir's an, ne? Wenn's bezahlt ist, dann nehmen wir das. Was gibt's denn Leckeres? Digga, hör doch mal auf mit so'n Scheiß. Alter, war das close. Was, was wurde da bestellt? Alter, was passiert hier gerade? Hallo, was gibt's denn Leckeres? Runter! Okay, wir sind wieder hier, wo wir eben waren. Ah, ich bin so todesweit. Durch! Durch! Wooh! Durch! Unten oder oben! Ich bin so todesweit, Mann. Geh' ein bisschen langsamer fahren. Alter, ich kann mich hier echt nicht saven. Bist du schon durch diese komische Röhre durch, wo du oben rein musst und wieder ausfahren musst? Ja, ja, ja. Alter, ich droppe da immer so hart, dass ich nicht mehr hochkomme. Oh! 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 Okay, wir haben! Zack! Zack! Okay, eigentlich ist alles relativ Pipifucks bis zu dieser Stelle. Alter, ich bin am Ende. Was? Nein! Ich fahr komplett durch! Das Ende hab ich verkackt! Ah! Nein! Oh, fuck! Ich war so todesweit. Ich war, ich war am Ende. Und dann war ich zu langsam. Ey, man muss da so fullspeed durchfahren. What the fuck, Mann. Was da für ein kranker Scheiß kommt. So ein Kackballer. Guck mal, wie ich da jetzt einfach rumkomme. Man muss da einfach ein bisschen speedig durchfahren. Ist ja unglaublich. Ich bin echt gespannt. Also, ich hab noch keinen Weg gefunden, wie ich das machen soll da oben mit der Röhre. Warum bestellt ihr einfach auf unseren Namen Pizza oder keine Ahnung, was da für wieder ist? Das kam schon mal vor. Wenn das bezahlt ist, ist das doch voll nett verlieben. Ja, war ja nicht bezahlt. Ach so, war nicht bezahlt. BG. Machachos, sowas bitte unterlassen. Wir haben keine Lust, hier Probleme zu kriegen mit den Leuten, wenn irgendwelche Leute einfach Essen auf unsere Adresse bestellen und wir es nicht zahlen, weil wir es nicht bestellt haben. Und am Ende wollen wir was zu Essen bestellen und dann liefern sagt, ne, fickt euch. Deswegen. Ihr kriegt nichts. Ihr bezahlt nicht. Wobei ich eigentlich eh immer voraus bezahle von deiner... Jawoll. Eigentlich egal. Okay, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen... Alter. Fahr nach oben, Baby! Aber am Ende, am Ende spucken sie uns in unser Essen oder sowas. Also bitte, Muchachos, unterlass das. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Mann, das ist so eine Tour, das ist so hip, Mann. Vor allem, Muchachos, das ist ja auch eine Milchschmittelverschwendung, ne. Wenn das jetzt, das Essen da, das war jetzt scheiße, das geht zurück und wird in den Milchschmissen wahrscheinlich. Ja. Bisschen schade, Gruppen. Bisschen schade drum. Bitte, bitte heben Sie sich solche Scherze für irgendwas anderes auf. Oh, ich habe hier gerade so einen richtig kalten Luftzug. Ich glaube, ich werde gerade beobachtet. Muchachos ist hinter mir irgendwie ein D-Mann oder so, der gerade nach meiner... Ma, wir gehen das jetzt hier mit der scheiß Röhre. Ich schaff das nicht. Hä, wieso? Was ist denn da so schwierig? Oh, ich hab's geschafft! Nebel Sprung! Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich bin jetzt auch langsam, also weiter als ich bis jetzt niemals war. Ich war schon ganz am Ende. Also, als ich... Na, egal. Bringt ja eh es dir irgendwas zu sagen. Ich hab den Punkt ja schon gesehen, ne? Das ist der... Das ist der... Ja, ich hab grad nicht gefunden, wo der Punkt war, aber... Also, ich war auf jeden Fall jetzt am weitesten bis jetzt überhaupt. Und ich hab nicht gesehen, dass da unten weitergeht. Hätten wir den XA... Ne, was war der? Hardcore X80. Hätten wir den genommen. Achso, der X80 war Hardcore. Ja. Aber der X80 war so eine scheiß Bodenhaftung, Alter. Werden wir so gefickt. Nein! Oh, dann bin ich zu schnell. Ich brauch nen Schuppenmonster. Komm, Leute! Oh, ganz knapp die scheiß Kante erwischt, ey! So, durch hier. Marvin, kannst du mal eben nen Blick rüber werfen auf OBS und gucken, wie die KB aussehen? Ne, gerade nicht. Wieso? Unten rechts steht ja... Weil irgendwer meinte grad ist lag. 5.300. 6.300? 5.300. 5.300. Ah, jetzt hab ich verkackt! Ist grün? Ja, 6.600 grün. Alles easy, Mann. Was darfst du, Nicole, man? Okay, dann, Machachos, wenns laggt, liegt sich an uns. Einfach mal Quality runterstellen. Oder Neuladen. Irgendwie sowas mit helfen. So, jetzt musst du wieder konzentraten. Jetzt kommt wieder der harte Tobak hier. Komm, Konzentration. Wir waren doch schon bei unserem First Try, als wir so weit gekommen sind. So weit. Wir waren doch schon bei unserem First Try, als wir so weit gekommen sind. So weit. Ja. Sentence beim Harten. Digga, komm mal hoch hier! Okay! Oh, das ist ein Zierig. Oh! Also, ich find bis jetzt, die härteste Stelle ist eigentlich diese Röwe, wo man von oben da rückt. Ach so, die meinst du? Ah, okay. Ja, da verkack ich auch grad die ganze Zeit. Mit dem Feuerring, ne? Wo du in den Feuerring rein musst. Ja, die bin ich auch echt. Ne? Feuerring habe ich keine Ahnung. Okay, okay. Hä, warum habe ich da so krass Probleme? Okay, warte. Oh, aufpassen, während ich hier mein Mikrofon zurecht drücke. Nein! Ah! Das ist doch... Oh, meine Stimme ist wieder da. Ich kann wieder schreien. Super sexy. Aber Hauptsache, du verkackst und dann ist sofort ein Deko auf dem ersten Platz. Okay, Baby. Okay, jetzt holen wir das auch. Jetzt holen wir das durchspeeden. Ich hab grad gemerkt, man darf einfach nur nicht zu langsam werden. Zack, und wieder hoch. Sexy. Okay, jetzt kommt die Stelle, wo ich gerade verkackt habe. Diesmal weiß ich, ich muss unten weiterfahren. Ja, dein Follower! Niklas! Niklas, für dich, Baby! Zack! Für dich! Willkommen im Teamclub! Hier durch! Für dich, Niklas! Hier hoch! Unten bleiben! Hä, wo geht das denn hier weiter, Alter? Ich check das nicht! Ich bin schon wieder an derselben Stelle und ich komme nicht weiter. Kann man da oben langfahren? Geht das? Muss ja gehen, anders geht das. Ey, ich hab's jetzt... Monkey Marvin! Monkey Marvin! Ey, an dieser einen Stelle ist es echt so undurchsichtig, wo man langfahren muss. Ach, das ist der Tube, meinst du! Mann, ich hab... Ah! Niklas, tut mir leid. So, die Ärmel werden jetzt hoch. Also halt diese, diese lange Tube, wo du oben reinfährst und dann unten raus musst. Ja. Wo so ein Flugzeug dann davor ist. Ja, ja, genau. Im Nebel. Nee, bei mir war da gerade ein UFO. Ah! Okay, das haben wir. Ey, ich reg mich aber dahinter noch. Wenn du dahinter weiterfährst, kommt noch so ein kleiner War Ride noch. Und dann, keine Ahnung, ist irgendwie unten so ein rotes Kreuz. Nicht langfahren. Da weiß ich bis jetzt noch nicht, wie ich weiterfahren soll, wenn ich ehrlich sein soll. Okay, Konzentration, Baby. Ich hab die Schrecke noch nicht gesehen. Ja, haben wir, sind wir durch. Aber eigentlich bleibst du noch ganz oben. Niklas, dein Arschgabiermann. Für dich. Ey, dann, wie soll man denn ganz oben weiter? Ich hab keine Ahnung. Muchachos, wir werden es gleich sehen. Ich bin im Moment noch ziemlich ratlos, wie es so weitergeht. Nicht so schnell. Nein! Man darf auch nicht so weiter hochfahren, weil da die Stäbe runtergucken unter dem Flugzeug. Ja. Falls die Leute sich fragen so, warum bist du behindert und fährst so weit unten. Weil ich glaube ich muss. So. Aber wir fliegen es ja langsam hin. Okay, okay. Hoch. Unterm Zeppelin durch. Tui hat das Spiel verlassen. Was ist los mit dir? Hast du schon aufgegeben, oder was? Zack. 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 Okay. Full Speed. Nein! Oh, das war... Ich dachte, ich knall schon dagegen. Oh! Ja, genau. Hier ist das UFO mit Nebel und das Flugzeug. Oh. Kurz konzentrieren. Oh. So, Baby. Okay. Oben bleiben. Jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich am Ende nicht weiß, wie es weitergeht. Also anfangen hier... Durch den Container durch. Eigentlich, das einzige, was hier noch übrig bleibt, ist oben bleiben. Das andere ist... Ich hab unten versucht. Ich hab Mitte versucht. Mitte fett gegen. Man muss echt da oben lang. Alter Schwede. Das habe ich so spät gesehen. Oben. Das ist doch nicht dein Ernst hier. Oh! 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 Ich seh den Punkt. Deko sieh den Punkt. Deko sieh den Punkt. Da sei ich verkackt. Bei der langen Straße. Nein! Ich auch! Überdreht. Alter Schwede. Ey, Fick, okay. Aber ich bin da schon so oft gewesen, wenn ich jetzt weiß, dass ich oben lang fahren musste, das ist richtig easy. Echt? Alter, ich bin so oft schon verkacken. Okay. Konzentration-Modus an. Und direkt bei der Brücke verkacken. Wir haben jetzt geschafft? Nein. Wir haben nicht gerade so Hardball gesetzt. Wir haben neuen VIP! Wer ist der neue VIP? Kann ich nicht... Oh! Kann auch nicht lesen gerade. Oh! 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 Ich hab... Nein! Jetzt bin ich gegen den Bau gefahren! Marc-Coda... Marc-Coda-Coole. 143155. Willkommen bei den Ziegen. VIP-Ziegen. Danke für die Subskitchen. Und viel Spaß beim Streamen. Und jetzt wieder Konzentration-Modus on. Ich will hier jetzt durchkommen. Wir sollen gesackstreichelt werden. Ich muss hier jetzt durchkommen. Ich will das Ding jetzt fertig machen. Hier, den Teil. Ja. Oh. Aber wo ist das dann mit dem Transform-Rennen? Wann soll man denn sich hier switchen, man? Aber ich hab auch wirklich... Aha! Ich hab mich echt dann noch überdreht, ne? Auf der letzten geraden Strecke. Ja, ich hab da ja auch... Obwohl ich komplett Full-Speed durch bin. So. Ich glaube, ich war echt zu schnell. Ich muss vunächst mal ein bisschen langsamer wieder versuchen. Aber Marvin meinte, er muss noch schnell fahren. Uuuuuh. Ja, weil ich gedroppt bin. Okay. Aber ich hab auch echt... Genau vor der letzten... Da ist er ganz am Ende... Am Ende wird nochmal mit zwei Hindernissen das Ding schmaler gemacht. Die Strecke. Und genau davor bin ich rausgeflogen. Also genau bevor man abspringen muss, eigentlich. Habe ich mich überdreht. Oh ne Scheiße. Alter. Meine Eier sind gerade so zerquetscht worden. Oha. Okay, jetzt kommen wir wieder ein bisschen weiter. Okay, okay. Jetzt schaffen wir das Muchachos. Dieser Try... Ich hab das Immorien Muchachos. Ich spüre es. Meine Eier kitzeln. Ohhhh. Dieser Try wirds. Richtig hart. Okay. Dieser Try wirds. Alter. Ich hab mir gerade... Sprichwörtlich in die Hosen gekackert. Das hört man immer gerne. Nein! Ich hab... Aaaaaah! Dieser Scheißröhre mit dem UFO. Ey, ich bin letzten vier Mal oder so durchgekommen. Kein Problem. Und jetzt verkacke ich wieder. Wenn ich sage, der Try wirds. Scheiße. Okay, Baby. Komm, Baby. Komm, Baby. Ja. Alter Schwede. Ja. Digga! Ich hatte einfach zu wenig Speed. Mal wieder am Ende. Alter, mein Herz ist so am Pochern. Und weiter oben fahren. Shit, weiter oben fahren. Okay. Muchachos, wir kriegen das hin. Nein! Und ich fahre natürlich genau, wo er gegenfährt, auch gegen, Alter. Boah. Wir kriegen es hin. Ist doch keiner ein Ziel, glaube ich, oder? Nee. Nee. Oh, ey. Ich glaube sogar, es sind immer noch alle hier am ersten Wallride. Ich darf mir das nicht anschauen. Betten gläst danach wieder durch. Ich bin gerade so gehypt. Ich glaube, ich werde gerade wieder gesund, Mann. Ich habe so viel Adrenalin in mir. Aber die Map ist auch schon sexy, muss man sagen. Die ist geil, Mann. Die ist richtig fresh. Aber gut, dass wir die jetzt spielen. Wenn wir die später spielen, dann ist wahrscheinlich unsere Konzentration richtig better. I'm up. See, würde ich auch sagen. Aber ist halt auch cool, weil es dann auch ziemlich fordernd ist. Ja. Ist halt echt hart. Zack. Okay. Ich glaube, da vor mir fährt wahrscheinlich Marvin. Fährst du gerade durch den Feuerring durch? Nee. Oh, oh. Jetzt kommt wieder diese scheiße Röhre hier, ne? Fullspeed, runter, hochziehen. Ah, haben wir. Finally. Der Typ vor mir hat in der Röhre verkackt. Okay. Ich bin jetzt, ich nähere mich wieder dem Ende. Wir nähern uns dem Ende, Muchachos. Hier nochmal durch den Gong durch. Okay, ich bin wieder hier. Okay, okay. Hier oben fahren, oben fahren. Haben wir. Haben wir, Muchachos. Wir nähern uns wieder der letzten Streckenteil. Der letzte Streckenteil kommt jetzt. Okay. Okay. Kamio Titz, Deco. Kamio Titz. Nach oben. Hoch. Nach oben. Runter. Tippen. Ja. Ja. Deco hat es. Wir sind durch. Alter. Richtig haarig. Auf dem Wolkenkratzer. Auf dem Wolkenkratzer. Auf dem. Oh, Flugzeug. Flugzeugträger gelandet. Und jetzt. Fliegerbier. Ich bin erster. Ich bin der einzige, der einzige, das geschafft hat bis jetzt. Daddy hat es auch. Ja. Nein, Marvin geht da hinter mir. Scheiße. Ey, das ist jetzt. Oh, mein Herz. Oh, ich kann nicht mehr. Alter, mein Herz. Verpiss dich. Verpiss dich. Ich lass mich in Ruhe. Meine Stimme ist gleich wieder weg, aber ich muss. Nachdem du mich gerade bei dem Motorradding schon gefickt hast, hätte ich jetzt gerne mal. Oh, ja. Ich fick deinen Arsch, Mann. Dein Arsch gehört mir, Mann. Dein Arsch gehört sowas von mir. Alter. Oh, okay. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Oh, mein Arsch. Mein Arsch. Dein Arsch. Wir gehen heute in den Symbiose ein. Und gleich lese ich die neuen VIP-Member vor, Mann. Ihr seid die geilsten, Mann. Das war der Kick, den ich gebraucht habe. Alter. Aber der Warride war übertrieben haarig. Und auch ein ziemlich geiler Hinderniswahl, muss ich sagen. War ganz fresh. Deko 17 Sekunden vor mir. Und wir haben noch... Das ist so nix, Alter. Das ist so nix. Ich muss noch irgendwas geiles kommen, sonst bist du erst mal. Ich fahre nur auf Flugzeug. Nur auf Flugzeug fliegen und dann ins Ziel. Das wäre schön. Das wäre schön. Das wäre schön. Aber dann war es echt ein krank, knappes Teil. Weil in dem Try, wo du es geschafft hast, habe ich es auch geschafft. Ziel. Aber wir wollen jetzt nicht auch noch was können. Und runter auf T20. Wir sind wieder auf der Straße. Oh. Oh. Okay. Oh, meine Klabusterbären schlabbern gerade, Alter. Ich will als erster ins Ziel kommen. Da ist das Ziel. Ja. Eine Web von Marvin Bennett. Ja. So. Und nicht nur von Marvin, sondern sogar erster. Aber GZ, das musst du dir auch mal sagen. GZ Deko. Wir fahren jetzt auch ins Ziel. Richtig fresher World, muss ich sagen. Da hinten sehen wir nochmal. Boom. Alter, war die sexy. Meine Fresse. Aber natürlich. Wen dürfen wir neu begrüßen? Muchachos. Marvin, warte eine Sekunde. Eine Sekunde. Zocken wir noch ein Rennen für die tausende Folge? Oder ist es Schluss? Könnte sein, wir zocken noch eins, oder? Okay. Muchachos. Das bedeutet, das hier war zumindest, würde ich sagen, das geilste Rennen bis jetzt in tausende Folge. Wobei das Badregner vor war auch schon auch nicht knackig. Sexy. Und wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Rennen. Brrrra. Muchachos. Wir sind wieder da mit dem nächsten Rennen, wie versprochen. Und zwar haben wir jetzt was richtig Nices für euch. Für die tausende Folge werden wir die Mutter aller Level Asians nochmal zocken. Letztes Mal haben wir gebraucht 1 Stunde 16. Das war irgendwann ganz am Anfang von GTA. Und ich glaube, wir haben es nicht mal fair bandet, sondern haben gecheatet mit Jets. Oh nein. Oh nein. Was bedeutet, das wird noch härter. Muchachos. Und jetzt werden wir gucken, ob wir diese Level Asians diesmal früher, schneller, was weiß ich auch immer schaffen. Alter, ich kann einfach in den Punkt reingleiten. Oh, ich habe ihn direkt bekommen. First Try. Ich habe ihn fast bekommen. Ich bin fast reingegleitet. What? First Try? So, Muchachos. Ganz ehrlich, vergleich. Ganz ehrlich, wir müssen danach schauen wir uns die Folge an, Muchachos. Wir schauen uns die Folge an, wie lange wir gebraucht haben. Das hat jetzt 25 Sekunden gedauert. Oh, 25 Sekunden. Oh, wow, 25 Sekunden. Ich bin echt gewonnen. Alter, nein, ich komme nicht rüber. Ich muss da. Wuuu. Darauf wäre leichter. Ba, 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 ba. Ich hätte gerade nicht versucht, in so einem Deck in den Punkt zu gleiten. Was für ein Scheiß. Hast du die Rampe mitgenommen in der Mitte? Ja, habe ich. Okay, ich habe gerade versucht, direkt rein zu gleiten. Hä, kein Muschi. Ich hätte es aber fast geschafft, aber leider nicht ganz. Nein, das kann nicht wahr sein. Bisschen länger hätte ich gleiten müssen. Okay, wir sind Nummer 1, man. Nummer 1 in der Haust. Nummer 1. Der ist sexy. Ich muss ihn jetzt auch langsam mal hoch schaffen, eigentlich. Zuck. Oh, fuck, nein. Oh, oh, nein, 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 nein. Nicht den Cut. Nicht den Cut. Oh, lol, wie hart ich abgebremst wurde, aber trotzdem. Ich bin, na, oh, ich dachte gerade, ich fliege über den Punkt rüber und kriege ihn nicht. Cool, okay, haben wir. Okay, okay. Ah, jetzt, ja, jetzt waren hier die Container, ne? Ich glaube sogar, das war der Punkt, wo wir aufgegeben haben. Ja. Also, weiter haben wir den Punkt nicht geschafft. Okay, hallo, ich sehe nichts mehr. Please, ich sehe doch nichts mehr. Fuck. Ich sehe echt nichts mehr. Wo bist du da eigentlich? Ich bin schon bei den Konzentrationsscheiß. Oh, ja, hier bin ich auch, also ich stehe auch gleich davor. Ja. 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 Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ohne Scheiße. Ich kann nicht weitermachen, so. Bin ich durch? Weil so viele Leute hier drinstehen, oder was? Ja. Okay. Okay. Leute, jetzt ist echt was freigeschafft? Okay. Muchachos, bei diesem Punkt, die haben wir damals schon aufgegeben. Ich glaube, wir kamen nicht mal bis hierhin. Ich hab den Punkt, okay. Ich glaube, wir kamen echt, das war der Punkt, wo wir gescheitert sind. Wir kamen einfach nicht hier weiter. Wuhuhuhuhu. Ist das geil? Ist das geil? Es ist aber echt schwer zu sehen, wenn Leute da drinstehen, wo die Reifen gerade sind. Wir können diesmal auch gar nicht schießen. Äh, schießen. Also, ich sehe unter uns schon Jets stehen. Ja, aber wir können nicht, äh, oh. Wir können, äh. Achso, stimmt, wir können gar nicht rein. Ja, stimmt. Dieser müssen wir so einen Schießen schaffen. Alter, es ist so hart, die Reifen zu sehen, wenn drei Leute hier drinstehen. Ja, ja, das war ja bei mir auch das Problem. Loll! Okay, aber das ist, ach. Zum Glück hab ich den kranken Scheiß schon hinter mir. Okay! Eine Stunde 16, Mann! Hu! 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 Oh! Ich hab den Punkt! Auch beim First Try hinbekommen. Ich hab zwar länger gebaut als Marvin, aber immerhin, ne? Also, nach einer Stunde 16 sieht das ganz garantiert nicht aus. Ich hab mich ja gefragt, Muchachos. Schaffen wir die Map hier jetzt richtig easy? Loll! Oder, äh, wird das trotzdem schwierig? Loll! Ich hab doch recht! Okay, aber wir müssen jetzt, wo wir hinfahren müssen. Loll! Hauptsache, er ist da hochgeglitscht. Dann machen wir das hier! Please, Alter! Wollt ihr mich alle ficken? Hauptsache, die gehen da alle First Try. Loll! Loll, das Marvin auch. Hey! Mich haben gerade, hier sind echt einfach drei Leute gerade so easy hochgekommen. Und ich frag mich, wie die das machen. Und jetzt bin ich einfach gestorben, Alter, im Gegenfahren. Ja, war bei mir auch gerade der Fall. Okay, weiter geht's! Ist das geil, Alter? Wo ist der Scheiß überhaupt? Warte hinten. Ey, ganz ehrlich, wir schauen uns gleich im Stream die mutale Level-Agent an. Und spulen dann so ein bisschen vor. Und, lol, das war ein nice Sprung, Mann, der doch gerade hier war. Wow! Ja, Alter, Scheiß, Mann! Ja, Alter, Scheiß, Mann! Lol, jetzt bin ich echt in diese Scheiß-Fick mein Arschloch. Wow! Wow! Nein! Du bist einfach an dem Haus unter dem Punkt in die Mauer gefahren? 5,8 Technik, ja. Und dann so hochgekommen, dass ich, glaub ich, direkt den Punkt bekommen habe. Hey, my boy! Da hat's auch schon wieder jemand geschafft. Wir müssen aber weiter links springen. Das heißt, hier... Ich hab ihn auch. Müssen wir... So! Komm ich hier noch raus? Nein! Bei einem Punkt irgendwo? Nein, komm ich nicht. Okay, das war auch wieder Käse. Aber ganz im Ernst, wir sind beim schwersten Punkt schon vorbei und haben nur 5 Minuten gebraucht bis jetzt. Ja. Alter, sieht man mal, dass wir echt in der Zeit doch was gelernt haben. Wie schlecht wir gewesen sein müssen. Digga, Mann! Muss aber hoch! Alter, ist aber auch hart, aber kann hier auf jeden Fall. Ich komm hier grad nicht weiter, aber wie gesagt, das war ja auch erst ein... Ist ja Level-Agent, ne? Das heißt, ich kann ja auch woanders springen. Kannst du machen wie du willst, aber ich weiß noch, dass ich es damals so gemacht habe. Oder machen wollte. Ach so, da willst du's machen? Ja. Sobald ich gar nicht, ich versuch's nochmal von hinten. Okay. Ich versuch's nochmal von hinten. Ja, der eine hat gerade den Platz try geschafft. Deswegen fühl ich mich grad etwas hier... Etwas läng? Ja. Ja. Komm da hoch! Ah! So, ich dachte, vielleicht kann ich den Zaun auch mitnehmen zum Springen. Please! Bom, das wirst du doch schaffen, Mann! Alter, der scheiß Respawn dauert hier echt so lange, das ist mir da aufgefallen. Beziehungsweise ist mir grad zum ersten Mal tatsächlich objektiv aufgefallen. Oh! Ah! Ja, ich hab's. Ich hab's. Mein Geheimnis war gerade gut, Marvin, ich bin bei dem linken Teil so weit links abgesprungen, dass ich die Spitze vom Zaun auch mitgenommen habe. Da wirst du noch ein bisschen weiter nach oben geboostet. Das will ich ja die ganze Zeit schon versuchen. Aber ich komm da nicht richtig dran, das ist mein Problem. Komm, jetzt müsst ihr hier mal wieder schreien! Okay, hier fahren schon Farbutschachos lang. Wo ist der nächste Punkt? Wo müssen wir springen? Da springen sie ja so. Nein! Das war ganz, ganz knapp. Shit! Okay! Muss man da die Treppe hochfahren? Wäre richtig leer. Alter, 8er Platz, das ist Käse, Mann! Mal was hat das eine Käse, Leister, Mann! Ich bin sogar bei den ersten auf jeden Fall. Nein! Oh, Dicos erster Platz, krasser. Shit, man! Nein! Aber ich weiß nicht genau, ob man hier wirklich so hoch kommt oder ob man woanders hochfahren muss. Aber ich bin so gespannt. Und wir schauen uns gleich im Stream Mutter aller Leveled Asians an. Das Ding ist, ich bin jetzt hier in so ein Treppenhaus reingesprungen. Ich kann theoretisch einfach zum Punkt hochfahren. Nein! Please, Mann! Also glaube ich, warten wir das nicht. Alter, meine Stimme ist wieder so legit. Danke, Dico, für diesen geilen Tee-Mann. Mein Ding, wie gesagt, mit extra Portion Sperma als Liebe verteilt. Überall in deinem Gesicht. Na! Das war so ein geiler Spann. Ey, ich habe gerade echt keinen Plan, wie man den Punkt kriegen soll. Nein! Nein! Komm, Baby, jetzt aber! Ja! Wie kommen wir denn da hoch? Ey, wo ist der Punkt? Boah, das war ein glänzender Trial. Nein! Oder müssen wir... Wie geht das Rand zu nehmen? Kann man da irgendwie rüberfahren? Ah! Egal, wir machen jetzt hier... Ey, ich kann mal nicht. So, mit Wheelie anfahren. Alter! Okay, dieser will ich scheiß hoch und kommen aber nicht da vorne. Das könnte natürlich so klappen, ne? Micha versucht sich da so hoch zu schlängeln. Ich glaube, Micha, das ist nicht breit genug. Aber wenigstens hänge ich hier in einem Punkt. Das wäre wieder scheiße, wenn wir das hier alles First-Trial durchmachen. Ja, wäre auch jetzt ein bisschen lächerlich, finde ich, gewesen, wenn wir jetzt in fünf Minuten durchrasiert. Das wäre... Komm, jetzt aber... Oh! Ah! Ah! Ich bin fast da ganz oben gekommen. Micha schummelt! Micha schummelt! Micha, du bist jetzt aufgeflogen. Hör auf damit. Ich hab dich verraten. Aber ganz ehrlich? Fetze. Ich weiß gar nicht mehr, was danach alles kommt. Also ich hab echt null Ahnung. Ich weiß es nicht. Micha ist echt hochgefahren. Nein! Oh! Oh, Konzentration, Abossa! Los, wir schaffen das! Community Love! Ins Arschloch! Micha hat's mitgekommen. Ja, Micha, ich hab's tatsächlich auch schon probiert, da so hochzufahren. Aber das Treppenhaus ist einfach zu eng. Das Treppenhaus, er ist zu... Lol! Ey, ich bin vom Motorrad abgefallen! Ich hätt's geschafft dieses Mal! Giant Mode. Dieser Scheiß-Fick-Kack-Modus, dass man stirbt, wenn man vom Motorrad runterfährt. Das ist doch richtige Kacke. Zack hier! Mich da nicht eben durchgebrettert, würde ich Butter. Kein Problem. Diesmal fall ich gegen. Nein! Ich dachte, ich krieg den Punkt von unten. Guten Job, Tuja. Er ist hochgesprungen. Kräse gewesen. Ist bei dir jetzt nochmal richtig haarig? Ich will was haariges haben. Ja, also... Die meisten, die bis jetzt den Scheiß geschafft haben, wo du bist, die haben es hier noch nicht geschafft. Okay. Und ich häng hier auch noch. Man muss auf jeden Fall hier irgendwie hoch springen mit 5-8-Technik und dann ein bisschen nach links rüberkommen. Aber geile Musik gerade. Hier. Elektro-Swing ein bisschen. Bisschen am Chiseln hier, Leute. Bei mir ist tatsächlich auch gerade was ähnliches. Nein! Ich hab gerade meine Eier im Mund. Ich werde gerade gemodelt. Sieht sehr, sehr lustig aus, muss ich sagen. Ich hoffe... Oh! Oh! Nein! Fass mit den Eiern! Was? Das sieht ja schon lustig aus. Muss ich ja zugeben. Ich hab meinen Kopf im Arsch. Also... Props an dich. Nein! Der Scheiß-Zauna, Alter! Ein wenig abgelenkt, muss ich zugestehen. Nein! Auf abgelenkt zu sein. Feuern. Hallo! Mach bitte den Kack hier wieder weg. Wo bist du überhaupt? Welcher Platz bist du? Ich bin... Alter, ich bin immer noch an der Stelle. Ich krieg's nicht hin. Ehrlich nicht? Naja. Ist falsch bei dir, Alter. Ja? Das will ich ja doch nicht. Weniger rumfimmeln, mehr konzentraten. Ja, versuch... Versuch ich doch gerade, man. Ich hab gerade aber meinen Kopf im Arsch. Also... Das sieht ziemlich geil aus. Komm! Loll. Hauptsache, wie das Ding jetzt umgekippt ist. Digga, wir haben dich da vorher schon gegengebracht, Alter. Jetzt werd ich sogar noch vom Motorrad entmounted. Mitten im Flug. Das ist scheiße, Leute! Das ist kacke! Ah, das ist echt so ein Scheiß. Es hat aber erst einer da hoch geschafft. Tuja, du bist der Einzige, der es bis jetzt da hoch geschafft hat. Bin ich jetzt schwerer? Nein, wir schaffen das. Zack. Ich hab das Gefühl, dass ich schwerer bin. Nein, Gas! Oh, was ist das denn? Please, Mann! Ey, warum? Ich muss nach vorne oben! Kacke, Alter! Hauptsache, in der letzten sechs Sprünge oder sowas, bin ich irgendwie drei Meter hochgeflogen. Ich muss 30 Meter hoch. Da springt! So, Deko, komm, geh zu jetzt! Was für Pödel laufen denn hier rum? Sind das alles... Komm schon! Komm schon! Ah! Ey, ich komm nicht hoch genug! Jetzt, Baby! Putz, ne! Nee! Nein! Ich war auch so knapp... Du hast dich grad übertrieben robotermäßig an. Ich verstehe kein Wort mehr von dir, du bist weg Also ich höre nicht mehr durchgehen, dass du redest mit dem Roboter Es kommt nur ab und zu mal so So ungefähr, hüpft das an, wenn du redest So hoch muss ich kommen, nur noch nach vorne Und ein bisschen nach links Stream off Einmal eben stream neu starten Hallo Leute, ich bin wieder da, ich hab wieder KBs Bin ich doch online Es wird sich fast nochmal lohnen, dass die Scheiße Naja, das ist lächerlich, Alter Nein, das ist schon wieder, ich habe Das Geile ist, Deko, ich bin Warte mal, wenn ich gerade gehackt werde Ich bin noch mit einem Typer Mit einem Typer, mit Eisen Nummer 1 Wie eben noch mit einem Typ Wo sind alle hin? Ja, ich bin jetzt alleine Alle, Leute, wir verlassen auch alle gerade Aber wir schaffen das, muchachos Uh, nein, ich will das noch, ich will das hinkriegen Leute, ich glaube, ist echt bei uns beide das Internet abgeschmissen oder was? Weiß sie nicht? Die Leute schreiben auch wieder, es ist off Weiß, bei mir läuft das? Und alle sind raus Okay, warte mal, ich schau mal kurz selber nach Ah, ich muss doch nur da hochkommen, Alter Und ich komme einfach nicht da hoch Das Team wird übertragen, Luciato Leute, neu starten Aber Es sind ganz viele Leute weg Ich bin nur noch mit einem hier drin Das ist echt schade Ich bin komplett alleine, ich bin eins von eins Echt? Ja Ich habe noch wenigstens einen Typen hier drin So, wir schaffen das Please, ich muss doch Ah Ey, diese Stelle, wo ich jetzt bin Die ist scheiße Der Scheiß, wo du bist, das ist so lächerlich, Alter Ich bin ein bisschen bedrückt, dass wir jetzt alleine hier sind Ja, ich finde es auch hilse Aber dann müssen wir jetzt durch Digga, was Dass ich auch die ganze Zeit irgendwie meinen Kopf im Arsch habe Was ist denn los? Aber es wundert mich, dass ich Warte, wo ist denn der andere Typ eigentlich? Hier die Eisen Lol Wieder 16 Leute drin Das bin ich 6. von 16 Das geschieht hier gerade Ja, komm Endlich Ah Nein Nein Bisschen nach vorne, bisschen nach vorne Ja, ich fall wieder komplett runter Ey Geht das so überhaupt Geht das irgendwie anders? Okay, Deko Ich bin literally in deinem Arsch, wenn ich dich sehen würde Ja, ich habe keinen Plan, wie der Punkt funktioniert, wo ich jetzt bin Boah, die Nase juckt Ich bin so im Tryout-Mode Okay, Baby Aber ich bin jetzt gerade Zip da Jetzt bin ich erster wieder von 2 Was geschieht hier gerade? Ich bin's voll scheiße Ich bin da eins von eins Bin komplett alleine Das ist echt Käse Äh, bei einem Try muss man wahrscheinlich hier einfach die Treppen hochfahren, oder? Ja Nein Geht nicht Geht nicht? Das Treppenhaus ist zu eng, kommst du rum Nach rechts? Sowohl ich probiert als auch mich Ja, die sind beide gescheitert Okay, dann musst du es ja hier irgendwie Du musst von hinten Anschwung nehmen und neben dem Treppenhaus rechts gegen diesen Betonboiler gegenfahren und dann hochspringen Ah, okay Das kriegen wir hin da und das kriegen wir hin Also ich häng da jetzt seit 10 Minuten Ach, echt? Ja Und es hat also bis, bis wir, bis ich rausgeflogen bin, gab es nur einen, der es geschafft hat Ach krass Oh, okay, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Punkt, wo man draufstehen könnte Ich schau mir das mal von draußen an Nein, nicht schon wieder so Aber, ey, ich komm einfach nicht Ich komm hoch genug, aber ich komm nicht nach vorne und ich hab echt keinen Plan, wie es geht Da drauf müssen wir Weil der Scheiß so weit, so weit oben ist Ja Oh, fuck, okay Ähm, hier wird auch irgendein Ja, ach ne, auch da drauf müssen wir Ey, ich komme hoch genug, ich komm aber nicht drauf, das ist so ätzend, Alter Okay, wir schauen uns das weiter an Da müssen wir drauf Vielleicht hier Also ich fände es auch sweet, wenn du einen anderen Weg finden würdest Ja Komm, Baby Ey, ich komm einfach, es ist so easy, ich komm so easy nach oben, aber ich komm einfach nicht nach vorne Ich bin drauf First try sogar Einfach von der anderen Seite bin ich gefahren Lol, was? Welche andere Seite? Wow Welche andere Seite? Wuh Witz, du kurz rüberkommst und zeigst dir Achso, hier vielleicht Glaube, ich glaube, ich sehe es Oh Geil, Mann Supergeil Okay So, jetzt Komm schon 9 von 16 Oh Okay Ja, ist sie, das wird schafft man es Ich bin ganz knapp drauf gekommen Okay Okay Okay, haben wir weiter Weiter, weiter Achso Ach hier, diese Map Jetzt weiß ich es wieder Ach du Scheiße, Mann Oh, das war ein richtig dreckiger Punkt Oh, Mann Ich erinnere mich wieder daran Komm schon, komm schon Ja, ich bin drauf Okay Ich bin trotzdem traurig, dass ich komplett alleine bin Ach Scheiße Jetzt war das hier mit dem Ja, das bin ich auch AID-Käse, Mann Ach, stimmt Der nächste Punkt war echt kacke, Alter Richtig AIDs Okay, hier müssen wir drauf Ah, das kriegen wir hin Wir kennen jetzt die 5-8-Technik Ich glaube, die kannten wir damals noch nicht So Und Oh Nein Es ist so knapp, Mann Ich glaube, wenn wir das geschafft haben Dann sind wir durch, Mann Dann sind wir durch Und dann schauen wir nochmal Jetzt nur noch hier rausspringen Von dem Scheiß Dann haben wir es Aber dieser Typ einfach Wer mich da auch immer gehackt hat Seine Seele soll auf jeden Fall im Arschloch des Kriegemanns kleben bleiben Achso, lol, ich weiß wieder Wir kamen wir hier aus dem Ding nicht mehr raus, ne? Ja Haben wir es vielleicht noch anders gemacht? Genau, was explodiert wir? Aber eigentlich Nee, nee, ich glaube, wir haben es am Ende geschafft Aber es hat nicht lange gedauert Wir haben es statt Jan, für dich, Mann Für dich Nein, so knapp Jan, ich mach es gleich gut Für dich Aber 17 Minuten Ich hätte gedacht, wir hauen das noch schneller weg Das ist echt nochmal schwierig Das hätte ich nicht gedacht Aus dem Ding hier rauszukommen? Ja, also, was heißt rauszukommen? Den Punkt zu kriegen Ja, ja, ja Ich bin auch gerade Also, rauskommt, wenn man easy Aber weit genug kommt Ja, 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 genau Ich glaube, wir haben damit den Punkt auch anders genommen Kann das sein? Ich glaube, wir haben den nicht über den Sprung geschaffen Könnte sein, dass wir auf den Berg gefahren sind Und von da aus gekommen sind Ja, ja Könnte ich mir gut vorstellen Okay, aber eigentlich Du musst ja nur aufpassen Dass man den Wheelie nicht zu hoch macht Dann müsste man eigentlich weiter nach vorne fliegen Oh, das ist Nein Oh, ganz knapp Ganz knapp Es ist so knapp, Mann Es ist wirklich Aber der Spawn, ne? Ganz ehrlich Wer hätte sich so ein scheiß Spawn ausgedacht? Man spawnt echt immer falsch rum Und dann noch so halb auf dem Ding drauf Ja Oh Okay, diesmal wird es was Diesmal ich habe es im Urin Nein Ich springe immer auf den zweiten Drahtzaun drauf Aber fall doch auf falschen Seite runter So Ja, aber der Spawn ist ja echt hässlich Ich versuche durch meinen Arsch durchzugucken Ich krieg's hin Durch meinen Arsch Durch meinen Arsch Wow Da ist es nicht mal ein Ey, schon wieder Ich mache den Ich mache den Hardcore-Gleiter Ich muss nur Ich mache den Hardcore-Gleiter Ich mache den Hardcore-Gleiter Ich mache den Hardcore-Gleiter Komm, YOLO YOLO Hardcore-Gleiter Mit dem Arsch Mit dem Arsch Komm Jetzt habe ich es Jetzt Ich habe es Ich habe es Ich habe es Ich habe es auch Oh, man Es läuft noch, Baby Es läuft noch, Baby Jetzt auf das Haus Das dürfte doch eigentlich Easy Haben wir auch Alter Was will er? Was will er? Respawn Jetzt auf das Ding der Truppe Das dürfte er Oh Wie haben wir das nochmal gemacht? Ich habe keine Ahnung Ich weiß es einfach mal hier an der Seite Oh, yeah Digga, warum schießt du mich ab? Digga, beruhig dich, Mann Marvin, hast du es schon geschafft, den nächsten Punkt? Ja, habe ich Wie, von wo? Digga, was passiert mir? Mein Typ schießt Warte Ey, ich habe Eisgalt eine Wache Welchen Punkt meinst du? Den auf der Grenzen Auf dem Grenzenhaus oder wo? Ja, dem auf diesem Haus Was über beide Dinger drüber geht Einfach rechts an der Mauer Wow, was muss ich jetzt machen? Im Plan, aber so müsste es eigentlich auch gehen Was? Haben wir Was geschieht hier, Mann? Haben wir 20 Minuten bis jetzt Also wir sind zumindest nicht in 20 Minuten durchrasiert Nee, ich muss gerade mal schauen Wie ich diesen Punkt hier kriege Oh, ich finde das ist echt so schwanz Dass ich komplett alleine bin hier Oh Ich bin so einsam Lass mich einsam Forever alone, die Tour forever alone Hier aber, oder? Komm, Baby Ja, Mann Haben wir den nächsten Punkt Geile Sache Den mitten in der Luft, oder was? Mein Typ, er hat einfach die Waffe Sie glänzt Hast du schon den mitten in der Luft? Ja, habe ich Muss man sich da wieder welche Franken Wege raussuchen, oder was? Ich bin von außen gefahren Aber dann war es richtig easy Nein Von so, YOLO Ja, YOLO Du bist von außen reingesprungen Äh, auf der anderen Seite Auf der anderen Seite Da ist so eine Tribüne Da ist diese Erhöhung Darüber kommt auch da easy drauf Ja, ja So Ja, ja, ja Darum überlege ich Ey, so lange rum, Alter So ist doch richtig easy Okay, wir versuchen So Punkt War das nicht auch noch mit In den Turm reinfahren, oder so? Digga, willst du mich verarscht? Ich hole mir den Punkt gestorben Ein richtiger Arsch, den Roten LOL Ist da gestorben What? Kriegen wir nicht so? Hey, come on Gib mir den Punkt so Please Und dann machen wir es eben nochmal Please Okay, der Typ Der lasst sich immer noch aus Jetzt aber, Baby Jetzt aber, Baby Ja, und auf die Digga Kommt man auch easy von mir aus Nein, das war Das war ein Käse-Try Ah, ja Hier war auch am Ende Oh, ja Dieser lange Weg Mit den Steinen Und den Büschen drinnen Wo man nicht weiß Wo man langfahren muss Ah, okay, stimmt Aber da bin ich noch nicht Ja, ich Also da bin ich auch noch nicht Aber ich bin gerade vorbeigefahren LOL Scheiße Jetzt schaffe ich den Ruger, oder? Ich kriege den Punkt nicht Ich glaube, ich den holen wir uns jetzt so Der holen wir uns jetzt irgendwie so LOL Okay, doch Ich muss jetzt Ich muss jetzt da durchfahren Und ins Ziel springen Ich muss jetzt ins Ziel springen, Munchachos Wo sind die Steine? Ich sehe keine Da sind keine Steine Aber Anschein Und wir schaffen es trotzdem ins Ziel, oder? Nein Oh, ganz knapp dran vorbei Please Schaffe ich es noch vor dem Abend ins Ziel? Ja, wir haben den Punkt so easy bekommen Welchen denn? Auf diesem Hangar Ich komme da einfach nicht drauf Wo die Jets sind? Ja Äh, auch über diese komischen Kackdinger da LOL Echt? Okay Einfach von hinten Anschwung nehmen Links von den blauen Dingern Ah, da, okay Ah Richtig easy eigentlich Okay, danke dir for the tip Habe ich ja richtig khaki gemacht Kein, kein Thema Ich hoffe, ich komme jetzt hier durch Ohne den scheiß Stein zu fahren Scheiße Dieser wurde ich zu hart gebremst Ja, viel zu hart gebremst Dankeschön Okay, das hat natürlich stark beeinfacht Ach stimmt Da haben wir doch abgebrochen, oder? Weil wir da nicht durch konnten Ich weiß nicht Ich weiß schon gar nicht mehr Ja, kann sein, dass wir mit dem Brett reingeflogen Ich habe keinen Plan Ich muss mal gerade gucken, wo hier Nein, okay Links halten und dann Warte mal Rechts Hier vielleicht Hier ist einer Das ist Alter Aber der letzte Stein ist echt böse gestellt Ich schau mal Okay, aber eigentlich muss er sich echt nur links halten Ja An einer gerade Linie kannst du durchfahren Wow Ja, okay Nur links Okay, dann versuchen wir es, Ruchachos Wir sind jetzt bald Okay, er fährt sich nur weit genug links Und nicht zu weit rechts Ah, fuck Ich kann nicht sehen Wir fahren jetzt einfach von hier aus nach hinten Nein, das ist scheiße Okay, aber ungefähr so Was? Das ist nicht vorbei Please Alter, meine Stimme war Insta wieder weg Das kann doch nicht dein Ernst sein Ich habe es gerade First Try schon fast reingeschafft Ich bin ganz knapp dran vorbeigeschrappt Ich bin links am Punkt vorbei Das war Hallo, wer ist da? Felix! Felix, für dich, Mann! Oh, schade, okay Das ist aber easy möglich Okay Ey, das ist so hart zu sehen Wo man links fahren muss, Alter Ja, und ich habe noch eine Person auf mir drauf Ich sehe da noch weniger Ja, ich meine, hier drin sieht man eh nichts Ein bisschen siehst du Scheißegal, ob du den drauf hast Ey, das ist immer Ey, das ist aber auch echt So ein fucking kleiner Fickwinkel hier, Alter Ja, und ich habe es gerade schon geschafft Und ich war eisbett zweit links Ich weiß auch nicht, wie ich das geschafft habe Felix! Nein, das gehört mir Und zu Nein! Okay, das ist aber easy möglich Gehen wir hin jetzt Jetzt habe ich es Komm schon Ja, easy, richtig easy Bin drinne Die Mutter aller Level Asians Damals über eine Stunde 16 Und dann auch noch gecheatet Diesmal 24 Minuten Komm, Baby Mouchachos Die haben es durchgeschafft Das war eine krasse Tausendste Folge Vier Rennen haben wir gespielt Und zum goldenen Abschluss Sogar nochmal eine der ersten Level Asians Neugezockt und getestet Wie krass unsere Skills gestiegen sind Und anstatt eine Stunde 16 zu brauchen Und dann auch mit Jets zu cheaten Haben wir es geschafft In 24 Minuten Richtig schön durchrasiert Obwohl man sagen muss Es waren echt noch so ein paar Ein paar schwierige Punkte dabei Wo man dann aber mit anderen Leichteren Wegen durchkam Mouchachos Ich hoffe Die Tausendste Folge hat euch gefallen Schade, dass wir am Ende alleine waren Aber so sind die Rockstar-Server Da kann man nichts machen Ansonsten, Mouchachos Daumen nach oben Tausendste Folge GTA Auf das noch 5000 herkommen Bis zum nächsten Mal Hashtag Tausendstefeuer-GTA-OP Reingehauen Bye, bye Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal